Heute verwandeln wir ganz gewöhnliche Marmeladengläser in schicke Deko. Ein bisschen Heißkleber und Sprühfarbe und dieses Glas sieht bald so aus. Mit der Heißklebepistole direkt auf das Glas schreiben. Ihr könnt zum Beispiel einen Schriftzug machen und diesen dann trocknen lassen. Mit Sprühfarbe nun das ganze Glas einfärben. Wenn die Farbe trocken ist, ist unser Dekoglas auch schon fertig. Ein echter Hingucker, der sich auch zum Aufbewahren von Dingen oder als Vase oder Kerzenständer eignet. Gefällt euch dieses DIY? Dann gebt uns doch einen Daumen hoch und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis bald, macht's gut!